Servus Leute, da bin ich auch schon wieder bei Shock Infinite Oh Gott, oh Gott, oh Gott, warte, 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 warte Oh Mist, oh Mist Oh Gott, oh Gott Oh Munition, Munition, Munition Au, au, au 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 Nein Fuck Keine 20 Sekunden geht die Folge und schon gestorben Nein Immer noch einer Was, noch einer, da Oh ja, du musst drauf pusten Hüpf Hey Hey Zack Alles Gute kommt von oben Da ist er Wir müssen unterhalb landen und uns hochkämpfen Oder wir fliegen dieses Ding nach Paris Setz mich ab, wenn du willst Das ist nicht dein Problem, Booker Ich lass dich nicht im Stich Nein Nicht wahr Sieh mal Skylines überall auf dem Flaggschiff Aha Sie sind voll mit diesen Patriot Kapseln Von dort aus müssen sie abgesetzt werden Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind Kommst du, ist ganz oben auf dem Schiff Los rauf Oh Sieh dir die Welt an, mein Kind Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann Bald wirst du sehen, wie ich bin Und wie er nicht ist Gott, hoffentlich Mach das mal Was, da Ah, ich habe keine Salze mehr für den Abend Was ist das? Präzisionsgewehr Salze Ja Oh, Mist Ach, dieses blöde Geschütz da Menul 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 Oh Ah Ah Oh Schätzchen, kommst du? Okay, hier gibt's nichts. Verdammt. Oh. Warte, 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 warte. Schon wieder so'n blödes Geschütz. Oh, ich werd geklappt. Danke. Boah. Ah. Da weiß ich, wie wir das machen. Da weiß ich, wie wir das machen. So. Und. Bitte schön. Muhahaha. Fuck, das hat nicht geklappt. Oh. Oh. Oh, da ist ne Scheibe davor. Da ist ne Scheibe davor. Fuck. Fuck, ich werd geklappt. So, jetzt aber. Okay. What? So, letztes Mal ist er auch geschafft. Diese lause Bängel hier. Ach, und hier sind die ganzen Polizeischiffe quasi drin. Ich sehe. Oh. Was? Was steht denn da? Skyline freimachen? Ha. Ich will vielleicht erst mal... Ich finde einen Weg auf das Oberdeck. Alter. So. So. Meine Güte. Ich weiß nicht, da ist noch irgendwo einer. Vielleicht hier noch was? Ein neues Magazin, willst du? Oh, Lock... Ah! Ah, ah! Oh, Pistole brauchen wir nicht. Sardinen, yum, yum, yum. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Noch mal Rationen essen. Wunderbar. Pass. Ah, auch Helle mit. Geil, hat sich das dann noch mal gerund. Haha. Und da ist eine Armory. Schauen wir doch mal. Vielleicht doch irgendwas für das Präzisionsgewehr. Schadensboost. Oh. Ach, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Magazinsvergrößerung. Aha. Weniger Rückstoß. Nehmen wir mal Feuerrate. Das hört sich doch gut an. Haps. So. Weiter geht's. Okay. Oh, no. Oh, Gott sei Dank. Aua, 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 aua. Mach ich doch mal die Skylands frei. BAM! What the fuck? Pyum. Okay. Äh. Ne, das war's mal. Okay. Komm mit. Auf einer Seite unseres Lands steht der falsche Hirte. Auf der anderen die Überrechte der Gotteswester, die im Vox Populi. Wuuu. Dich krieg ich. Freut dich heim zu Gott, damit sie ihr Schicksal erfüllen kann. Freut euch. Freut euch. Der Tod hat keine Stacheln. So, jetzt sind wir da hier. Aha. Hui. Wie in der Achterbahn. Ah, 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 ah. Ja. Komm, dich erwisch ich, dich erwisch ich. Ja. Aua. Was? Was? Boah. Aha. Was, nochmal Skylands frei machen? Ja, machen wir gleich. Elizabeth, immer noch im Kampf. Verdammt. Warte, 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 warte. Juhuhu. Aha. An einem wolkenfreien Tag. Errungenschaft freigeschalten. Man macht deine grabbing Над word. Mö, Medizinkit. Brauchen wir nicht. So. Jetzt, zu dieser secret-Tür, hier. Elizabeth. Hm. Warum, ich will noch eine Infusion. uwu. Alter, ist das gruselig. Aha, soll ich da irgendwas machen? Ist das ein Riesel? Oh, Gatling Gun. Das wäre fast eine Überlegung wert. Tasche mit Silver Eagles, geil. Was gibt es hier? Aha, aha. Hier werden wahrscheinlich die Patriots hergestellt. Unsere Vorrichtung zeigt uns, dass das Mädchen die Flamme ist, die die Welt entflammen wird. Mein Bruder sagt, wir müssen das, was wir getan haben, ungeschehen machen. Aber die Zeit gleicht eher einem Ozean als einem Fluss. Warum versuchen, eine Flut zu erzeugen, die doch nur wieder abeppen wird? Hmhm, verwirrend. Pam! Secure Area. Ach cool, kann man sich da so durchschleichen oder was? Kaffee! Gerано! Ja, ich habe eine Leitende Qualität spanft. Salze, Salz haben wir jetzt voll. Ah, Werkzeugkasten. Aha! Dammit, ich wollte noch so eine Infusion. Ooh, Ausrüstung, Ausrüstung ist auch geil. Beim Landen von der Sky Dragon wird die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Äh, nö! Oh, schade. Das ist nicht das, was ich wollte. Ist schade. Da war nochmal die Panzerfaust. Gut, dann gehen wir wieder raus. Oder, warte, 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 war noch irgendwas, oder? Ach ne, es war nur hier, die Tür. Alles klar. So, ja. Ah, Maschinengewehr. Skylines freimachen. Was? Da. Ha. Ja. Ja. erwischt was 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 kommst du denn her was 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 neun ich versuchs okay schrotflinten action ganz klar schrotflinten action hier was dreiviertel was jetzt dreiviertel hä lockpick ha tuff ja Okay, schnell wieder, wow, verwirrend. Au. Oh nö, nicht noch ein Patriot. Verdammter Patriot, auf den habe ich ja jetzt nicht so wirklich Bock. Was, 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 was. Oh, 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 oh. War hier nicht noch einer, da war noch einer. Oh. Oh, 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 fuck. Oh. Da brauchen wir Shock Jockey. Danke, babe. Wow. So, let's just type in Karabiner. So. Oh. No. Wohong? Ah, nimm die Skei lang zum nächsten Deck. Alles klar. Alles klar. OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOpAz. anhand zur Selbstzerstörung. Wer weiß, vielleicht kommen sie mir ja zuvor. So, und was uns auf dem neuen Deck, auf dem obersten Deck erwartet, das seht ihr wenn ihr wieder einschaltet bei Bioshock Infinite. Chaos auf dem Oberdeck. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.